linguistik in 60 sekunden nummer 16 was ist eine argumentation für sprachliche analysen die wie in der text oder diskurslinguistik über die satzebene hinausgehen ist die beschreibung von argumentationen elementar tun means argumentationsmodell bietet hierfür eine gute grundlage in einer argumentation wird aus einem argument ein schluss gezogen argumentationslogisch gilt in der regel folgendes sind schlüsse konzeptuell etabliert und nicht strittig müssen schlussregel und stützen der schlussregel nicht expliziert werden wie zum beispiel bei er ist krank als argument und er geht zum arzt als schlussfolgerung das wiederum heißt im umkehrschluss und das macht es für die diskurslinguistik interessant dass nicht etablierte oder strittige schlüsse erklärt werden müssen was häufig zulasten der glaubwürdigkeit des argumentierenden geht gerhard schröder mit der argumentation pro agenda 2010 und karl theodor zu guttenberg mit der erklärung wie seine patchwork arbeit zustande kam sind hier prominente beispiele eine argumentation ist eine verknüpfung aus argument und schluss etablierte und nicht strittige schlüsse bedürfen in der regel keiner stützen eine infografik mit der verwendeten literatur und den slides ist im kommentarbereich verlinkt